Dein Marktplatz für Videospiele Gemacht für Gamer und Sammler weltweit Spiele kaufen und verkaufen war nie einfacher Ganz gleich ob als Privatperson oder als Händler Und das ohne Einstellgebühren Auf Käufer warten tausende Angebote Werde jetzt ein Teil von Retroplace Dein Marktplatz für Videospiele Dein Marktplatz für Videospiele Dein Marktplatz für Videospiele Dein Marktplatz für Videospiele Willkommen im Retro-Spiele-Club, unserem bespielbaren Museum in Hamburg-Horn. Wie ihr seht, das Licht ist aus. Das wird es wahrscheinlich auch noch länger bleiben. Ja, bis vor kurzem wurde hier noch gespielt und wir hoffen, das geht auch bald wieder los. Denn es gab für uns eigentlich nichts Schöneres, als zu sehen, dass Leute nach einer Reise in die Vergangenheit, nach einem Event, nach einem Besuch bei uns, die Location ein Lächeln verlassen haben. Wir wollen auch weiterhin mit unserem bespielbaren Museum die Computertechnologie und Videospielkultur seit den 70er Jahren darstellen. Und weiterhin auch mit Events, gerade im Bereich Zeitzeugen, Computer, viele Programmierer, Musiker, das Ganze bereichern. Und dafür brauchen wir auch Unterstützung. Im Hintergrund arbeiten wir natürlich weiter daran, das Museum spielbereit zu halten. So lange das nicht geht, werden wir online einige Dinge machen. Und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß heute bei dem Screen. Wir danken uns aber bei allen Teilnehmern, die uns auch mit ihrer Teilnahme sehr unterstützen. Und hoffen, dass wir durch diese Aktion unser Museum auch für die Zukunft sichern können. Als kleines Dankeschön im Rahmen dieser Gala erhält jeder Unterstützer, der möchte, ein Steam-Key für ein Computerspiel. Schreibt einfach Steam-Key in die Bemerkung eurer Paypal-Überweisung. Für alle Live-Zuschauer hier auf Twitch gibt es auch etwas zu gewinnen. Einmal pro Stunde gibt es eine neue Frage aus der Quiz-Werkstatt unseres Quiz-Masters. Ihr habt dann fünf Minuten Zeit, eure Antwort an mail.retro-pod.de zu schicken. Als Gewinn bringt ein Gutschein für fünf Personen für ein Donnerstags-Open-House-Event in unserem Spielbarm-Museum in Hamburg. Wen könnte man an diesen Orten treffen? Höhle, Geisterstadt, Rumsal, Luciferschloss, Ball und Feuer. Dein Marktplatz für Videospiele Gemacht für Gamer und Sammler weltweit Spiele kaufen und verkaufen war nie einfacher Ganz gleich, ob als Privatperson oder als Händler Und das ohne Einstellgebühren Auf Käufer warten tausende Angebote Werde jetzt ein Teil von Retroplays Dein Marktplatz für Videospiele Ja und schon sind wir wieder da 22 Uhr Hier geht es ja gleich weiter mit den Nerd-Welten Aber wir können nochmal kurz so ein kleines Zwischenresumme ziehen Und auch nochmal auf das weitere Programm des heutigen Abends hinweisen Also einmal zum Thema Verlosung bzw. Quiz Wir haben ja immer die Fragen da drin stehen Und es wurde uns gefragt, warum wir bei ein, zwei Sachen keine Antworten gesagt haben Ja, da kam keine Einsendung mit Lösungsvorschlägen Deswegen haben wir es übersehen Auch jetzt kam keine Lösung zurück Robin, magst du einmal nochmal die Lösung sagen Zur vorigen Frage Gern, aber die Frage aufgeben Im Fußball kann nach einem Foul aus Gelb-Rot werden In welchem Game wird einmal nach einer Ballbührung aus Gelb-Rot Und da ist die richtige Antwort Giant Assists 2 auf Nintendo DS Genau, für die nächste Frage haben wir schon eine Antwort Die sehe ich hier gerade reinscrollen Da kommen wir in der Stunde zu Wir haben gerade noch ein paar Kollegen hier drin Wir warten ja auf die Nerd-Welten Robin, du kannst Hadi schon mal aus dem Kerker befreien, würde ich gerade sagen Aus dem Warteraum holen wäre die bessere Formulierung Ich danke nochmal kurz ein paar Leuten Bevor ich nochmal weiter mache Das vergesse ich sonst Danke an Cordula Pascal, Dietmar Dominik Götz Christian Michael Jörg Bernhard Dominik Florian Gunnar Boris Fabian Ingo Benjamin Dennis Und Jörn Und natürlich auch nochmal An Stay Forever Für den irren Auftritt Zur Primetime heute Das war Wahnsinn Was da abging Ja, wir brauchten gerade auch etwas Ruhe Danke an Siegfried für die schöne Musik Da konnten wir jetzt ein bisschen runterfahren Ja, wir können ja mal kurz gucken Was uns noch erwartet Gleich kommen die Nerd-Welten, wie gesagt Aber Arne ist hier Und Arne wird nachher wieder eine wichtige Rolle spielen Weil wer unseren Videostammtisch kennt Weiß, dass uns die Meinung Von über dem großen Teich immer sehr wichtig ist Arne, magst du uns kurz sagen Was wir uns nachher zutrauen Zumuten, antun Ich weiß noch nicht mal, wie ich es formulieren soll Ja, hallo allerseits Grüße aus Oklahoma hier Und zwar heute spielen wir ja nachher Im Videostammtisch Ein ganz interessantes Spiel Und zwar heißt das Jolanda auf dem Amiga Ich habe hier auch schon Mein Mr. FPGA gebootet Stehe also in den Startlöchern Werde dann nachher den Minimicor starten Und dann werden wir uns mit Jolanda Alle zusammen ein wenig quälen Weil das Spiel ist richtig Hammer schwer Hammer schwer Hast du Lust zu Jolanda? Ich habe Bock, ja Es ist halt ein Spiel In dem ständig Plattformen Ohne Warnung unter einem Verschwinden Und man praktisch im Minutentakt stirbt Aber ich glaube, das wird eine Gaudi Ähm, Dani Wagst du dich auch an Jolanda ran? Oder bist du dann plötzlich verschwunden? Ne, ne, mitgehangen, mitgefangen Ich mache von dem Quatsch schon mit Ja, wie sagt man so schön Geteiltes Leid ist halbes Leid Ach, ihr hört mich auch mal alles gerne fluchen Von daher Da schreibt jemand im Chat Jolanda ist genial Achso, es ist Ingo Na gut, das sei ihm verziehen Wir haben mit Ingo ja schon mal eine Folge aufgenommen Wo er das Spiel gespielt hat Und vielleicht ist er die einzige Person Die dieses Spiel richtig gut spielt Richtig mag Wir werden das nachher sehen Ähm, wir können ja mal gucken Ob wir die Nerdwelten schon aktivieren können Denn, ähm, ich sehe ja Dass Hardy zumindest schon mal da ist Vielleicht kann mal jemand versuchen Das Mikrofon zu entmuten Ansonsten sprechen wir auch weiter über Jolanda Also Weiß er nicht Wir wollen doch die Laune oben halten, Patrick Ähm, wenn man zuschaut Wie andere Leute Jolanda spielen, Robin Das hebt die Laune Wo denn? Woher? Achso, du meinst einfach Leiden Das ist aber sadistisch Wenn man das Wenn man das Leiden anderer gerne sieht Ja, wir können auch noch mal gerne Auf den Zwischenstand eingehen 69,6 Tage Jetzt bin ich da Wunderbar, hallo, Hardy Äh, 69,6 Tage wurden uns bisher gesichert Das ist Wahnsinn Äh, vielen, vielen, vielen Dank dafür Ähm, Hardy, ähm, du kannst, du möchtest ja schon gerne Dein Video anschalten Jetzt sehe ich schon den Hardy Wunderbar Willst du kurz noch einen Test machen gleich Ob man euch beide hört Dann könnt ihr auch gerne etwas früher anfangen Äh, dann habt ihr mehr Zeit Gern, klar Kannst du mich hören? Ja Alles gut Gut, perfekt Alles klar Red mal einen Satz mit mindestens fünf Wörtern Dann kann man das am besten machen Ganze Sätze mit fünf Wörtern Das kann ich doch nicht Hast du unseren Podcast mal gehört Wie soll ich das denn zustande kriegen? Das klingt gut Ich würde mal sagen Äh, Robin, Arne, Äh, Dani Wir überlassen jetzt mal Den beiden die Bühne Wir achten so ein bisschen auf den Chat Wenn da noch was kommt Ähm, ja Was euch jetzt genau erwartet Werden wir sehen Ich hab gehört Ihr habt auch unterschiedliche Meinungen Ich bin sehr gespannt Ich bin gespannt was passiert Also viel Spaß jetzt mit den Nerdwelten Gespannt sind wir auch Patrick, das kann ich dir versprechen Servus Ben Ja, hi Moin Hadi Und ein fröhliches Und ein fröhliches Hollerö in die Runde Ein bisschen dazu bewegen können Aber es ist einfach ein Alltime-Favorite Und ich finde das halt So genial Die ganze Geschichte Auf dem Super Nintendo Was sie damals halt Mit diesem ganzen Philosophischen Hintergrund Quasi ausgearbeitet haben Das ist ja Die Schöpfungsgeschichte Ähm, ja Wahrscheinlich auch ein Grund Warum es eben nicht In den USA erschienen ist Wegen dem religiösen Thema Ähm Aber man ist quasi Gott, ne Man fängt an Und erschafft Die Pflanzen Die Vögel Die Tiere Die Menschen Ja, und die Menschen sind halt schlecht Und das zeigt sich auch wieder mal In dem Spiel Ähm Ja, weil bis Bevor man die Menschen erschafft Ist alles noch Heide Welt, sage ich mal Und danach Ja Passiert das große Unglück Das hast du jetzt eigentlich auch schon Ganz schön zusammengefasst Ich finde nochmal Betonenswert ist Dass es ja ein Super Nintendo Spiel ist Mit einem philosophischen Ansatz Das ist ja Nicht so Gewöhnlich Es ist relativ spät im Lebenszyklus Des Super Nintendo erschienen Das kann man vielleicht auch noch sagen Im Dezember 1996 Das war so die Zeit Als das N64 Wahrscheinlich schon über die Stadtlöcher hinaus war Ich meine bei uns ist es im März 1997 erschienen Bin ich da richtig? Ich glaube schon Mhm Es ist aber tatsächlich ja damals Nur in Europa Und nur in Japan erschienen In Amerika In den USA Ist es nicht rausgekommen Und das macht glaube ich auch Ein bisschen so den Den Reiz aus Den diese Spiele Gerade im Englisch Im amerikanischen Raum So hat Weil es schon ein Mindestens Ich würde sagen Ein gut Klassik ist Du würdest es wahrscheinlich Höher kategorisieren als ich Ja also Auf dem Super Nintendo Ist das für mich Auf einer Ebene Auf jeden Fall mit Chrono Trigger Zelda 3 Final Fantasy 4, 5, 6 Du weißt Ich kann ihn nicht schneiden Ben Das ist alles live Was du hier den Eltern lernst Ist auch vernünftig so Endlich kann ich mal Meine Message an die Welt Projizieren Okay 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 Also für viele Leute Ist es wirklich ein ganz toller Ganz wichtiger Titel Der japanische Titel Heißt ja übersetzt So viel wie Die Erschaffung des Himmels Und der Erde Und für den europäischen Markt Ist dann der Name Terra Nigma Gewählt worden Was natürlich eine Zusammensetzung aus den beiden Wörtern Terra und Enigma ist Also die Erde Und das Wunder Das Rätsel Vielleicht mehr Also das Rätsel Um die Erschaffung Der Erde Und Es ist eines der Spiele Für das Super Nintendo Das in der Big Box Erschienen ist Also so ein richtig Großer Karton Mit Spieleberater Und viele von diesen Spielen Waren eben Rollenspiele Super Metroid Jetzt mal ausgenommen Aber Secret of Mana fällt einem da ein Oder Secret of Evermore Was ja alles auch Spiele sind Oder von denen Einige von Claude Moise Übersetzt worden sind Dem berühmten Übersetzer Von Nintendo damals Der auch das Club Nintendo Magazin Mitgestaltet hat Der der Chefredakteur war Und von ihm Stammt tatsächlich Auch der Name Terra Nigma Nicht allerdings Die Übersetzung Des Spiels Ich habe jetzt Vor zwei, drei Tagen Nochmal mit ihm gesprochen Bei uns bei den Radwelten War er ja auch schon zu Gast Wir haben da Einen ganz netten Kontakt Und er hat mich Im Vorfeld nochmal angeschrieben Weil er das ganze Projekt Hier mitbekommen hat Hat gefragt Was macht ihr da Über Terra Nigma Ich habe es ihm kurz geschildert Und dann hat er nochmal betont Der Name ist ja von mir Die Übersetzung nicht Aber es ist definitiv ein Spiel Das viele Leute damals bewegt hat Wie gesagt Die philosophischen Ansätze Sind wichtig Es geht so ein bisschen Um die Schöpfungsgeschichte Unser Held heißt Ark Wie die Arche Die Arche Noah Ist natürlich auch so eine Sache Bei Rollenspielen Gerade die frühen Auf dem Super Nintendo Konnteste ja immer Einen Namen eingeben Frei wählen Und Ark war eben Der vorgegebene Wenn wir jetzt dann langsam Übrigens hier unten Seht ihr unseren Kumpel So einen Mitmoderator Bei den Nordwelten Daniel Cloutier Hallo Daniel Er hat es heute leider Nur in den Live-Chat geschafft Also wenn ihr was habt Was ihr ihn fragen möchtet Dann jederzeit gerne Ich glaube Ben Du hast den Chat auf Und kannst es auch sehen Ich habe den Chat auf Ich kann alles sehen Ein bisschen verzögert sind wir Zwar im Stream Aber das macht ja nichts Genau weil Ich muss ja sagen Wir sind ja Podcaster Wir machen sonst einen Audio-Podcast Und heute mit Video gedönst Und dann hier Video-Zeug Dieser ganze Kram Hier mit dem Bild Und das ist alles Ein bisschen Neuland für uns Und jetzt passt mal auf Was wir hier so gebastelt haben Oh guckt es euch an Oh Was für ein Übergang Und jetzt sieht man Wir fangen hier schon relativ weit im Spiel an Also wir sind hier nicht Ganz am Anfang Sondern wir sind hier schon Mittendrin Und Ben Vielleicht kannst du uns Dann noch einen kurzen Überblick geben Warum eigentlich Fangen wir hier an Warum gerade an dieser Stelle Und was ist denn auf dem Weg Bis hierhin überhaupt So passiert bisher Ja ich würde noch mal Ganz kurz sagen Wir spielen das Ganze Heute leider ohne Musik Das hat einfach Hintergründe Dass wir nicht gegen Irgendwelche Copyrights Verstoßen Um da auf Nummer sicher zu gehen Nimmt natürlich ein bisschen Was von der Atmosphäre Aber die Grafik ist trotzdem So schön wie immer Und die Szene Ja jetzt kommt halt gleich Eine bedeutende Szene Wer das Spiel kennt Der weiß was Als nächstes kommt Was wir bisher gemacht haben Wir waren in der Unterwelt Haben angefangen Eben die Türme zu machen Am Anfang kommen erstmal Jede Menge Türme Und dann Kommt man das erste Mal In die Oberwelt Und erschafft halt das Leben Das heißt hier wurden bereits Die Pflanzen erschaffen Dann die Vögel Die Säugetiere Und jetzt Ja Ist man quasi An der Wiege Zur Menschheit Und erschafft Die Menschen In diesen Dungeon Das Ganze ist Quasi das hier Oh Terranigma Ja Das Ganze ist Im Himalaya-Gebirge Quasi nachempfunden Überhaupt Terranigma ist ja Der echten Welt nachempfunden Es gibt halt Alle Länder Die es auf unserer Erde Auch gibt Die Kontinente Und das finde ich halt Auch mega klasse Dass man auf der echten Erde spielt Das hat man ja sonst Im Keim-Rohren-Spiel Wo man die ganze Erde bereisen kann Ja Und Jetzt kommt halt Die Szene Wenn Hardy jetzt losspielt Wenn Hardy losspielt Was sollten wir vielleicht noch sagen Es geht um die Erschöpfung der Welt Das hast du glaube ich schon gesagt Und zu dem Zeitpunkt jetzt Genau Haben wir Pflanzen erschaffen Haben Tiere erschaffen Wir können mit Pflanzen und Tieren sprechen Und es geht jetzt um die Erschaffung der Menschen Da bin ich richtig, oder? Richtig, genau Okay Und ja Noch können wir mit den Pflanzen und Tieren sprechen Leider kann man später nur noch Mit den Menschen sprechen Wenn die erstmal erschaffen sind Genau Dann gehen wir da langsam mal Weiter Also wie gesagt Eisdungeon Ich muss dazu auch noch sagen Das ist ein Spielstand von Ben Ich habe das Spiel damals vor Wann haben wir den Podcast gemacht? Vor zwei Jahren? Eineinhalb Jahren? Keine Ahnung Damals habe ich es gespielt Nicht sonderlich weit Und ich habe jetzt Ihr seht es hier oben Im Eck eingeblendet Hier? Okay Der Charakter hat Level 14 Okay Ich habe vielleicht bis Level 2 gespielt Ich bin jetzt als totaler Noob Hat bei der Ben den Spielstand geschickt Hat gesagt Ich muss spielen Und angeblich kommt auch demnächst ein Bosskampf Okay Richtig Du weißt wo die Load-and-save-Taste ist Deswegen rede ich mich ja hier im Kopf Was passiert? Deswegen rede ich mich ja hier um Kopf und Kragen Load-and-save-Taste Was gibt es da? Oh, 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 oh Oh, Lawine Oh, oh, oh Oh je Ob das gut war So, und jetzt sind wir hier in einer Eiskristalle Oh, das muss man natürlich vorlesen Wie bei Spongebob Stimmt's better Hallo? Ah Hast du es überlebt, ja? Als du erwachst, siehst du einen Widder vor dir Das geht mir tatsächlich auch im wirklichen Leben oft so Wo ich immer so aufwache Gut, du bist wieder erwacht Wir scheinen gefangen zu sein Okay, also die Lawine hat uns verschüttet in dieser Kristallhöhle Kannst du gehen? Kein Problem oder naja, gerade so Nein, gibt's nicht, oder? Kein Problem Nein Also Ernst heißt unser Charakter jetzt, oder was? Ja Warum Ben? Normale Menschen nennen doch in Rollenspielen Charaktere nach sich selber, oder? Warum heißt der jetzt Ernst und nicht Ben? Weil wir das Spiel mit Freunden gespielt haben Mit Ernst Und das ist der Safe Und die nennen ihren Charakter immer Ernst, unsere Freunde Also das ist tatsächlich aus Freundeskreis gekocht Ernst ist niemand, der so leicht aufgibt, okay? Der wieder sagt, genau so ist es Würdest du mir bitte folgen? Okay Sprechend Ich muss eine Sache sagen Ich sehe das Spielbild tatsächlich sehr verzögert Das heißt, als du die Lawine gesagt hast Habe ich die erst 20 Sekunden später gesehen Das heißt, ich kann nicht immer direkt zu der Szene kommentieren Okay, pass auf, dann lese ich die Texte vielleicht ein bisschen vor Das ist halt, wie gesagt, dieses neue modische Genau, mach's wie ein Hörspiel und dann kriegen wir das hin Du könntest allerdings vielleicht auch auf den Stream gucken Vielleicht tust du dir da ein bisschen leichter Oh Gott, wenn ich da so runter gucke, dann fällt mir auch auf Dass es ja total verzögert ist, dass er grauenhaft Also für mich Ich bin jetzt an der Stelle, in der ich die zwei Steinböcke, die zwei Widder sehe Der eine liegt am Boden, der andere steht davor Und ich spreche jetzt mit dem Widder Und er sagt Und er schläft leider nicht Er schläft nicht, weil der Widder sagt, das ist mein Gefährte Er atmet nicht mehr Er ist hart aufgeschlagen Das Schicksal ist unbarmherzig Gerade walten wir noch zusammen Doch Tränen helfen nicht weiter Sie bringen ihn nicht zurück Okay Und er spielt jetzt melancholische, traurige Musik Ja Tatsächlich Ich habe ein Fell Doch du wirst bald frieren Sagt er Ernst Er scheint nicht mehr zu atmen Ich habe ein Fell Doch du wirst bald frieren Okay, okay Ben, was mache ich jetzt? Benjamin, Hilfe Ja, du kuschelst mit ihm Die Nacht durch So wie du es immer machst mit dem Widder Legst dich ganz eng an ihn ran Und Ich habe ein Fell Doch du wirst bald frieren Es ist wie bei Star Wars Das Imperium schlägt zurück Bei dem Town Town Richtig Nur Dass du ihn nicht aufschlitzt Man weiß es nicht Der Bildschirm ist schwarz geworden Ich schlitze gerne Ja Wenn du wieder aufwachst Und der Widder geht auf den anderen Widder zu Der am Boden liegt Dann kommt sehr dramatische Musik Der Daniel schreibt Die Podcastaufnahmen von Hardy Muss ich immer von MC aus digitalisieren Was ist ein MC? Musikkassette? Daniel Ich weiß auch nicht Was er damit meint Wie immer Der Widder sagt Wer hat denn das Licht ausgemacht? Fürchtest du die Dunkelheit? Zittriges Jahr oder niemals? Natürlich dunkel Grauenhaft Natürlich habe ich Angst Du fürchtest dich auf jeden Fall Jeder Jeder fürchtet sich doch in der Dunkelheit Der Widder sagt Alle Lebewesen meiden die Dunkelheit Weil sie einsam macht Du musst dann nochmal denken Das ist ein super Nintendo Spiel Okay Das ist schon ungewöhnlich Weil Es fängt ja relativ Es fängt ja relativ Klassisch an Am Anfang erwacht Der Held in seinem Bett Wie in tausend anderen Rollenspielen auch Wie in A Link to the Past Oder wie in Corona Trigger Und ich glaube deswegen Hat mich das Spiel damals auch nicht so gepackt Weil es einfach so generisch ist Zu beginnen Und diese ganze philosophische Aber das ist wirklich nur am Anfang Ja Aber der Anfang Der ist Ah ja Diese fünf Türme Die ich am Anfang machen muss Vielleicht ist das der Grund Warum wir uns alle Partner suchen Wollen wir ein wenig schlafen Komm näher Ich halte dich warm Ernst Das ist schön Das erinnert mich an Mir fehlt halt dann tatsächlich Die Musik dazu Jetzt haben wir den Bildschirm schwarz Ja na klar Die macht das also Natürlich Okay die Nacht ist rum Wir haben es geschafft Jetzt ist er aufgestanden Er geht zum Wetter Der Wetter sagt Tut mir leid Und jetzt kommt die Megadramatisch Ja Ernst sagt Die Kälte ließ mich aufwachen Ich verstehe Sagt er wieder Du musst hungrig sein Wie wäre es mit Frühstück Klar Was isst du zum Frühstück In einem Bandkonflikt Du musst frühstücken Ja Das erinnert mich an diese Geschichte Das makaber Wo man dieser Flugzeugabsturz gewesen ist Und da war ich In den Anden In den Anden dieser Film Ernst Da wird er sagt Ich esse Durch die Kälte Bleibt das Fleisch länger haltbar Das meine ich nicht Es ist dein Gefährte Wie kannst du davon essen Er wird in mir weiterleben Deshalb tue ich es Auf diese Weise Wird er immer bei mir sein Und das ist glaube ich Auch so ein bisschen der Punkt Es geht ja in diesem Kapitel Des Spiels um Das Erwachen der Menschen In diesem Fall vielleicht auch um Das Erwachen von Ark Als Menschen Weil er in dieser Situation Nicht wie ein Tier Mit einem einfachen Erhaltungstrieb Reagiert Wie es vielleicht normal wäre Sondern weil er Weil er ein Gewissen zeigt Weil er Nicht einfach Den ehemaligen Gefährten Des Witters Essen kann Obwohl Er sagt ja auch Er lebt immer weiter Und das ist quasi Wie ein Kreislauf Das ist ja auch so ein bisschen Wie bei König der Löwen Dieser ewige Kreis Oder auch bei Final Fantasy 7 Mit der Makroenergie Ja Ich verstehe Das ist schlecht Sagt er Denn wenn du allein Weitergehen willst Musst du dich stärken Er geht wieder weg Ich gehe hinterher An dieser Stelle Scheint das Eis Dünner zu sein Vielleicht kann ich es Mit meinen Hörnern Zerstören Tritt zurück Klar Bitte sehr Bühne frei Das war's oder was Nein Nochmal Bam Nein 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 Kommt jetzt Haut er ein paar mal gegen Es ist gebrochen Und Und jetzt kommt Wirklich nochmal Ein richtig trauriger Moment Finde ich Okay Warte ich gehe durch Okay hier ist seine Wand Oh nein Sagt er wieder Warum denn Oh nein Ja Er sagt er wird Einen anderen Ausweg finden Aber ich glaube ehrlich gesagt Nicht dass er einen anderen Ausweg findet Ich kann da nicht hochklettern Sagt er Doch du kannst nach oben In die Freiheit klettern Hör zu Du wirst später noch mehr Wände Dieser Art vorfinden Versprich mir nie aufzugeben Ich Wird auf einem anderen Weg entkommen Du musst durchhalten Ich Was denkst du Hardy Also Ich kann so viel sagen Man sieht ihn nicht mehr wieder Und ich denke mal Er wird hier unten Verenden Wie sein Partner Ich muss jetzt nochmal In mich gehen Haben wir uns über diese Stelle Im Podcast nicht auch unterhalten Und du hast gesagt Wenn man später nochmal zurückkommt Sind da zwei Tote Widder Kann man da nochmal rein Nein Ne Also das Wüsste ich glaube ich Also Wenn ich das gesagt hätte Dann würde ich mich dran erinnern Also liebe Zuschauer Der Ben Erinnert sich An einiges Nicht mehr so Was ist das denn Wieso kletter ich denn jetzt Mit so komischen Bin ich etwa Mit den Scherenhänden Ja ja Das haben wir im anderen Dungeon Eingesammelt Das sind Ja Clown Was denn Was denn Was denn Wo ist der Klopf Wenn du draußen bist Du musst dich dann Südlich halten Südlich Sonst kommst du nicht zum Bossgegner Du musst quasi zurückgehen Südlich Wenn man gesehen hat Wie mich der erste Gegner Hier schon Auf 82 Kapper Punkte Was auch Ja du hast genügend Du hast genügend Heilknollen Der Y-Knopf Also du kannst dann Aber Brauchst bei 82 Noch nichts zu benutzen Und denk dran südlich Nein Er geht nach Norden Was macht er Ich gehe überhaupt nicht nach Norden Doch du bist die Ranke hochgeklettert Das war schon falsch Die Lawine scheint den Weg Ja gut dann bist du aber Arschverzögert Die Lawine scheint den See Bin ich tatsächlich Ja wie gesagt Das ist Das hab ich ja als Gag gemacht So Ah Und da musst du da Dann kannst du mir aber gar nicht Wirklich in dem Moment Wo ich Hilfe brauche Helfen beim Bosskampf Das wird ja grauenhaft Doch du Du weißt Wie gesagt Wie ein Hörspiel Du sagst mir was passiert Und ich helfe dir Ja aber Zeitverzögert Ben Das ist ja das Problem Ich probiere mich erstmal Warte Ist nicht so wie beim Kunar vorhin Ich hab ein Interfekt Naja den Ton höre ich ja jetzt In Echtzeit So ist es ja nicht Okay stimmt Das ist ja nur das Bild Okay Jetzt bin ich hier In so einem Morast Oder was So einem Tümpel Wo es ein bisschen blubbert Ich muss weiter nach Süden Ja Ne ne Jetzt Wenn du an die Brücke gekommen bist Musst du nach rechts gehen Nach rechts Ich bin über die Brücke Ja genau Du gehst wieder zurück Und bei der Brücke nach rechts Nur dass ich bis zur Brücke Musstest du zurückgehen Achso Ah okay So pass auf Oh seht meine Skills Habt ihr es gesehen Ich hab den ganzen Gegner kaputt gemacht Oh nein Oh ich hätte es vorher mal spielen sollen Ja genau Nein das ist viel witziger so Ja wahrscheinlich Lacht über den Loop Okay Haben wir noch Zeit für den Bossgegner Oh wow wow Es ist ja schon Oh 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 ne Viel zu viel Zeit Und dann nach Norden An die Ranke Also bei der Brücke musst du nach rechts gehen Genau Die einzige Felswand Mit so einer Ranke Wo ich hochklettern kann Ist ja richtig Genau Ja ja Genau Das sieht Das kraut mir Ich guck grad noch Wie du hier gegen die Wölfe kämpfst Auf dem offenen Feld Okay Das war ein guter Kampf Skillmaster Ja das bin ich in der Tat Oh da ist eine Höhle Oh Wir haben ja auch im Chat die Nachricht Mit dem kleinen Bruder Der das über Nacht durchgespielt hat Das erinnert mich so An meine erste eigene Theranigma-Erfahrung Das war tatsächlich am Geburtstag Ein Kumpel hatte Geburtstag Und er hat das Spiel bekommen Und er hat es aber nicht spielen dürfen Weil ich und sein Cousin Haben es durchgespielt fast An einem Tag Sollte ihr nochmal eingeladen worden Zu einer Geburtstagsfeier? Ah Ich bin noch zu weiteren Feiern eingeladen worden Ja Okay Mir krauts So Oh oh Gegner Muss ich noch leveln irgendwie? So kleine Blobs Greifen mich jetzt an Ne 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 Achso ja Kannst du machen Aber wird jetzt nichts ändern Ich glaub nicht Dass du noch ein Level abkriegst vom Boss Na gut das ist ja dann egal Das kann ich mir dann sparen Ekelschleim teilt sich Übrigens keine kleine Blobs Ekel Ich wollte es doch gerade sagen Entschuldigung Ich wollte gerade sagen Das ist Ekelschleim Keine kleinen Blobs Natürlich Ekelschleim Ekelschleim Also ich hab zwei Kinder Ich weiß was ne Horrorwindel ist Aber ich glaub das hat Äh Claude verbrochen Na Claude hat's doch nicht Achso doch Secret of Mana hat er übersetzt Ne ne nicht Secret of Mana Was ist denn jetzt Das ist die Steuerung Invertiert Ich flip aus Oh scheiße Du bist verwirrt Oh Okay Wir sind live Wie lang dauert ein Dessert Wolfsbestier Ruf Verstärkung Lass mich in Ruhe Wolf Okay Jetzt geht's wieder Bei der Steuerung Wenn die umgekehrt ist Es geht ja noch Wenn die genau spiegelverkehrt ist Schlimm ist Wenn oben zu rechts wird Und unten zu links Also dann ist es bei mir Völlig aus Da gucke ich überhaupt nicht klar Bei mir auch Oh Jetzt geht er da runter Wenn man das Gamepad Irgendwie im Kopf halten Oder so Das Problem ist Das ist ja ständig Irgendwie wechselt Oh Gott Ernst ist verwirrt Wie lang denn noch Ja Aber es Das dauert viel zu lang Versuch Ja Und ich glaube Wir haben keine Items dagegen Doch Ein Item haben wir Aber dann müsstest du uns Das Menü gehen Das Menü wollten wir Ich glaube ich eh mal zeigen Das ist so ein guter Punkt Ja mach doch mal Select Und dann Muss da irgendwas sein Um Flüche zu sprechen Also ich habe ein Traumsiegel Ich habe Waldkraut 2 Ich habe Gegend Waldkraut richtig Ich glaube Ich bin mir ziemlich sicher Es ist das Waldkraut Du bist dir ziemlich sicher Möchtest du das auswählen Was steht denn da Ja Da steht auch in der Beschreibung Was brauchst du jetzt Was steht in der Beschreibung Hab ich die da Ben Mann Brauchst du nicht Sagt er Wunderknolle Sagt er Ja Gegengift Möchtest du das Nee Dann haben wir glaube ich Noch kein Item dagegen Ah ja Also an den Menüs Ist besonders Man kennt ja diese ganzen Top-Down-Menüs Wo man sich durchscrollt A la Final Fantasy Oder Dragon Quest Oder hast du nicht gesehen Und hier ist es wirklich so Dass wir uns Wie in einer Bibliothek Vielleicht durchbewegen Der kleine Lustige Traser Ja Möchtest du was sagen Und das Witzige ist halt Dass die Musik Da auch immer ändert Genau Also man hat dann diese Musik vom Speicherbildschirm Die ist so ein bisschen Mysteriös Sag ich mal Esoterisch angehaucht Und die ist halt nur In dieser Kiste Und der kleine Cursor Der da rumfliegt Den ich jetzt bewege Von Tür zu Tür Das ist Fluffy Fluffy haben wir am Ende Am Ende Genau Am Anfang des Spiels Befreit Befreit trifft es vielleicht besser Und Er führt uns da so ein bisschen durch Und jedes Mal Wenn wir ins Menü gehen Dann sieht man Hüpft Ark In diese Büchse Der Pandora Hinein Also meine Steuer Irgendjemand ist jetzt Loch Hier ist jetzt gerade Hier wurde jetzt gerade gesagt Was für ein tolles Originelles Menü Es ist Am Anfang ist es wirklich toll Aber Es ist tatsächlich Auf Dauer Schon sehr Zeitintensiv Man muss immer hin und her springen Gerade zwischen den Räumen Wenn man so ein klassisches Menü hat Von Final Fantasy Und so Das ist wesentlich komfortabler Oder das Ringmenü Als Secret of Mana Das war der Hit Fand ich Es ist nicht sehr komfortabel Vor allem hat das Spiel Ein Menü System Das eigentlich absolut Obligat ist Ein Magiesystem Kein Menü System Das Magiesystem Das Magiesystem ist mein Hauptkritikpunkt Sogar in dem Spiel Das hatte ich auch schon In unserer Podcast-Folge Glaube ich gesagt Es ist ähnlich wie bei Zelda 3 Ja Auch da braucht man die Magie Ja so gut wie gar nicht Und hier braucht man sie noch weniger Ich freue mich trotzdem immer Wenn ich ein Kristall finde Also können wir auch mal sagen Man findet Kristalle Und die kann man einmalig Gegen Magie eintauschen Und danach sind sie aber futsch Also man kann nicht Unendlich Magie benutzen Sondern wirklich Das ist ein Endlicher Gegenstand Also es gibt Begrenzt Magie Und sie ist nicht mal toll Also man braucht sie eigentlich Überhaupt nicht im Spiel Mehr kann man dazu nicht sagen Zu Magie Also den Aspekt Haben sie nicht glücklich gelöst Leider Das ist wahrscheinlich Auch so ein bisschen der Punkt Ich fand es einfach Vom Gameplay war es halt einfach Wie so viele andere Spiele auch Ich denke so ein bisschen Was heißt ein bisschen Der reizvollere Aspekt Oh oh Aber ich finde es gibt Gar nicht so viele Action-Adventures Also ich mag so Action-Adventures Tatsächlich lieber als Rollenspiele mit Kampfbildschirm Nicht quatschen Mir beim Bosskampf helfen Es ist der Yeti Es ist der Yeti Yeti wirft mit Eiskristallen Lass das Yeti Du musst nur ausweichen Erste Form Er hat drei Formen So viel kann ich schon mal sagen Und er macht jetzt den Wind Und will dich immer In die Eiskristalle rein Hauen Und weich einfach aus Mach ich Musst nur durchhalten Die erste Form Ich halte Oh 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 Mr. Yeti Anseh auf Oh Mr. Yeti Das hat auch ein bisschen was Vom Town-Town der Yeti Ja 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 oder er vom Wie heißt der Das Eiswesen Äh das Der Wampa Ja Na ja Ja Der Luke in seiner Höhle hat Ja doch Na ja Doch Ja 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 Ein Town-Town ist ja nett Na gut Der Yeti Ähm Achso übrigens Ähm Kann ich ja jetzt an der Stelle mal erzählen Er verschwindet Er verschwindet Der Yeti ist Der Yeti ist in diesem Spiel ein gutes und ein schlechtes Wesen Jetzt ist er wieder der hässliche Jetzt wird schwarz Ben es wird schwarz Oje das war's Ja jetzt musst du ihn Ähm Es ist Orko Alter Orko Ha Nein Orko Die Fledermäuse wenn die kommen Die kannst du nicht angreifen Aber wenn er sich materialisiert Dann kannst du ihn immer einmal treffen Im Augenblick kämpfe ich gegen Orko Oh Orko hast du Ja Achso bei Orko musst du einfach immer Wie bei Äh Da musst du seine Schüsse zurückschlagen Ja das hab ich auch rausgefunden Das ist wie der erste Bosskampf Er bewegt sich halt Als wäre Als hätte er irgendwas eingeworfen Ist wie der Bosskampf Ja ja Ich höre Ja ja Äh Ja wie gegen Aghanim Bei Zelda 3 Das hab ich auch Oder Garnow nach Doch später Man muss dann Projektiert zurückschlagen Ja Du musst Immer Du darfst nicht Vor ihm gehen Du musst so weit weg Wie möglich gehen Damit du halt Sein Projektiert zurückschlagen kannst Weißt du dass der sich bewegt Ja Ich spiele nimmer mit dir Das macht mir keinen Spaß Feige Scheiß nicht Ja ja Wir beide müssen Wir beide müssen nochmal Eine Runde Waveface zocken Wenn ich mal Irgendwann wieder bei dir In der Gegend Ah die 1 Orko 0 Ach er 10x Du hast die nicht besiegt Oder Er hat schwarz Oh Oh Fledermäuse Kommt jetzt einfach die geile Traum-Siegs-Fans Ne Fledermäuse Uh die ziehen viel ab Achso Ja Ich bin gleich tot Wenn ich bin Das ist Das Nimm was ein Hab ich ja Hab ich ja Das finde ich aber sehr interessant Weil bei mir Als ich den Bosskampf Ich hab den tatsächlich gerade erst gemacht Und Ich hatte die Form Du jetzt hast als zweite Form Und hatte den Orko als dritte Form Das heißt Da ist wohl ein Zufallsaspekt mit drin Welcher Bosskampf Also welche Form In welche reinvollkommen Auch sehr schön hier Im Chat gerade Magie ist da Weil man sie erwartet Ja Sollte man sie auch vernünftig umsetzen Also dass ich mal Diese Spiele kritisiere Das hört man auch nicht allzu Kann man mal kommentieren Wie heldenhaftig gerade Diesen Fledermäusen aus Ja du machst das Du machst das Du machst das wirklich gut Du kannst übrigens Daschen, springen und dann schlagen Das ist die stärkste Attacke Wenn du ihn damit erwischst Dann machst du noch mehr Schaden Weil ich das auch so gut hinbekommen Ich hab Schweiß aus Ja Das kriegst du hin Daschen, springen, schlagen Wie ein Hadouken Nur anders Ja Hat er doch geschafft Sauber Wie in Hadouken Nur anders Bäm Wie Bäm Oh, oh, oh Lebt er noch? Oder hast du ihn? Ja Lass mich in Ruhe Nein Ah, das Boah, er lebt immer noch Das ist schon witzig Ja, wie lustig Du hast ihn bei Ich mein, deshalb haben wir das gemacht Wir wollten alle Dein Bosskampf sehen hier Also ich glaub, du schlägst dich Gar nicht schlecht Also Oh Oh, jetzt wird's aber eng Hab ich noch so eine Knolle? Ich hab noch eine Knolle Gott sei Dank Ernst Ja, ich hab doch reichlich Für dich Reichlich zurückgelegt Also du könntest nochmal betonen Dass die Leute gerne noch spenden können Für den Retro-Spiel Ja Hamburg Dass das eine echt tolle Sache ist Ich hab auch schon Mach das mal Weil ich muss ja geradezu Als Lübecker hier Für Hamburg Der Norden hält zusammen Sag ich mal Das hast du noch nie gesagt Hab ich mich Doch Hab ich mich verpflichtet gefühlt Der Bungsberg hält zusammen Sagst du immer Ja Ja Der Bungsberg Der hält den Norden Am Laufen Ja Unser Tolles Skigebiet hier Okay Morph-Dämon besiegt Okay Ich muss mich gerade Zusammenreißen Nicht ausfallen zu werden Die Menschheit Wieder zu erwecken Irgendwas Du meinst Nicht ausfallen zu werden Du meinst ja das Was wir alles sonst Im Podcast Kannst du mal wegschneiden Anstrengung Ja genau das Genau Das steckt mir hier Das steckt mir hier Oh er hat ihn geschafft Hast du daran gezweifelt Hast du daran gezweifelt Jemals Nein natürlich nicht Ich kann das mal Mit dir zusammen machen Nur dass jetzt hier Live Verkackt hättest Menschen sind intelligente Tiere Mit der Fähigkeit Dinge zu erfinden Doch Sie sind sich der Macht Die sie besitzen Nicht bewusst Ernst Ernst Du musst weinen Die ganze Traumsequenz Ist extrem genial Von was sprichst du denn Diese Traumsequenz Ich hab doch so weit nie gespielt Ben Ich bin gerade mit Level 14 Ich bin jetzt 15 Okay Level 15 Ja aber die kommt doch jetzt Ach so Danke Weißt du ich hab früher Mit meinem Onkel Manchmal Filme geguckt Hab ich im Podcast Letztens mal erzählt Die nichts für mich waren Also so mit 6 Jahren Ganz viele Filme Die nichts für mich waren Und manchmal war es so Mein Onkel war Anfang 20 Der hat sich halt gedacht Okay ich kenn die Filme Ich schau dir jetzt nicht unbedingt zu Und dann kam er irgendwann rein Und hat er gefragt Ist das und das schon passiert Und natürlich Es war nie schon passiert Kennst du das Wenn Leute dir irgendwas verraten Was gleich kommt Großartig Ben Großartig So was mag ich Du hast nicht gesagt Das Ganze muss spoilerfrei sein Hier heute Dann hätten wir nicht Mit einem Spiel anfangen dürfen Glaube ich Richtig Aber es ist auch schön Von der Grafik Hier jetzt mit diesem Hintergrund Was da vor sich hinscrollt Erzählen wir doch mal Mit diesem Wir haben die Schriftzeichen Ich möchte Dass du mir jetzt Diesen Traum für mich Interpretierst Einfach so Frei heraus Irgendjemand hat was eingeworfen Weil der tanzt eine Blume Jetzt kommt das Jack Aus Zach McCracken Weißt du schon Dass man mit einem Kristall Kann man Zach McCracken Ja zum Jack werden Und kann dann glaube ich Frist, Verdauer, Rülpse Oder irgendwas Das ist genau die Szene 100% Würde Dan jetzt wissen Aber ich bin ja nicht so Der Zach McCracken-Crack Daniel schreib mal was In den Chat Wenn du da bist Zach McCracken Kennst du dich ja aus Das Jack hat die Blume gefressen Jetzt kommt ein Vogel Der hat ein bisschen Eine Frisur wie der Ben Der größer als Der größer als der Jack ist Na gut, aber das ist ja So ein super Denzelding Habe ich jetzt gedacht Oder? Einfach, dass die Verhältnisse Da vielleicht nicht so Unbedingt sind Dann ist ein Küken Noch mit dabei Oh, jetzt kommt So ein Kugel-Willi Aus Chrono Trigger Oh, der macht sich alle kaputt Oh Sonic, der Zyklop Oh Okay So Sachen traue mich auch Oh, jetzt kommt der Mensch Das ist arg Der Schatten Okay Wenn wir haben gesagt Du darfst es Der Bender Jeden Tag schickt Der mir WhatsApp-Nachrichten In denen irgendwas sinkt Liebe Zuschauer Es ist grauenhaft Glaubt es mir Ihr habt jetzt eine Kostprobe bekommen Was ich immer erleiden muss Ich armer Mann Kannst mich ja blockieren Deine Frau ist auch im Chat Okay Pass auf Was du machst Ich habe sie gerade gesehen Marina Dein Mann ist frech zu mir Weise ihn in die Schranken Komm hoch und Nicht spoilern Ganz klar Kapitel 3 Macht ihr das auch manchmal Dass ihr im Buch einfach So in der Mitte Anfangen So quer zu lesen Herr der Ringe zum Beispiel Wir fangen einfach mal Mit der Schlacht um Gondor an Hat man voll gleich Den super Überblick Licht und Schatten Ist wie bei uns Ist auch immer unser Motto Bei den Nordwelten Wenn der Ben und ich Was zusammen machen Ist Licht und Schatten Ich bin das Licht Hadi der Schatten Das ist Interpretationssache Pass Okay Also wir liegen jetzt In einem Bett Jen, was sagst du dazu? Hier schreibt jemand im Chat Eine Freundin Hat bei Büchern In die letzte Seite Immer zuerst gelesen Also bei Mangas Ist das ja okay Aber beim richtigen Buch Schluck Du bist wach Wie geht's dir? Das Das muss Das muss ich Laut Kumari berichten Wie schön Dass du erwacht bist Oh Hadi Ich merke gerade Wir sind jetzt schon In diesem Himalaya Dorf Lord Kumari Ist übrigens Sowas wie der Dalai Lama Also der ist auf jeden Fall Den Dalai Lama nachempfunden Und wir haben ja noch Ordentlich Zeit Gerade ne 22.40 Uhr Kommt noch ein Bosskampf wohl Hoffe ich Ich hab keine Heilrücken mehr Gut Aber dann sieht man mal So ein Partner mit Menschen jetzt Mal gucken Oh, da ist ein Schneemann Hat es bei euch auch geschmeit eigentlich Die Tage? Einmal ganz kurz Also wirklich Ja Schnee kann man das nicht nennen Es war ein bisschen weiß Aber auch sofort wieder weg Nach zwei Stunden Okay Laser gehört zu keinem Staatsaktor Es gibt keine Führer Unter den Augen Augen Lord Kumaris Leben wir in absoluter Harmonie Hast du den schon besucht? Der ist in dem Also ganz zentral Oben in der Mitte In dem ganz zentral Oben in der Mitte Also kletter ich hier mal Dieses Ja, du musst dann In diese Gänge rein Ja Muss ich jetzt in diese Gänge rein? Muss ich die Seile hoch? Also in dem Gebäude drin Ja, ja Du musst in die Gänge Da ist das Jack Das Jack aus Sack McCracken So Pass auf Das sieht irgendwie obszöner Grund Ich gehe wieder weg Das ist überhaupt nichts obszönes Wo du wieder obszöne Sachen siehst Ist alles nur eine Interpretationssache Oh, das ist nur eine Lampe Okay Hier ist niemand Laser Ich kann jetzt aber auch hier am Gebäude hochklettern Und weil ich ja zu dumm bin Jedes Mal Das sind immer diese Vorsprünge Die auch Türen symbolisieren Das ist ein kleiner Junge Das sieht aus wie du, Ben Auch Lila Haare Wenn ich groß bin Werde ich als Mönch Lord Kumari beschützen Das ist doch mal eine Aufgabe fürs Leben Das ist doch schön Kleine Jungs Die eine Perspektive im Leben haben Das ist doch großartig Oh, da ist er Du bist endlich aufgewacht, Ernst Ich bin Lord Kumari Bleib im Laser Bin dabei der Lama Bis es dir besser geht Hier bist du sicher Du wirst bald wissen, was du zu tun hast Du kannst du nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen Was wir ja die ganze Zeit im Spiel konnten, Ben Oder gab es da einen Moment, wo das angefangen hat? Also du musst ja erst die Tiere erschaffen Und dann kannst du auch mit ihnen sprechen Und die Pflanzen Also vorher gibt es ja keine Mit denen du sprechen könntest Gibt es nicht Wir fangen doch im Spiel in diesem Dorf In der Unterwelt Das führt jetzt glaube ich zu weit Wenn wir das jetzt alles Ja, da kannst du mir glaube ich nur mit Menschen reden Ich glaube da sind keine Tiere Oder Pflanzen mit denen du redest Weil du wirst doch ganz am Anfang Kann ich mich daran erinnern Wirst du gescholten Weil du am Vortag die Hühner belästigt hast Ja Du kannst mit den Hühnern nicht sprechen Okay Bin ich mir ziemlich sicher Nimm dies an dich Es ist einer der ältesten Zauber von Lasa Ernst erhält den Knochenzauber So nutzlos wie alle anderen Zauber Nein, das ist tatsächlich einfach ein Heil-Item Kannst du auch genauso gut eine Knolle benutzen und gut isst Also an Heil-Items mangelt es mir ja aktuell Oh, jetzt kommt jemand von hinten Mönch Lotkumari Mario ist angekommen Ja Das ist glaube ich auch so ein Punkt Was ich jetzt in den letzten Tagen Habe ja noch ein bisschen andere Podcasts gehört Bisschen YouTube-Videos angeschaut Mario ist auch so ein Name Ist halt auch so ein bisschen lustig Vielleicht Vielleicht auch nicht Ich weiß, bin ihm zu mir Ja Er hat eine Tochter Jetzt spoiler ich wieder Ich weiß ja nicht, ob wir es noch schaffen Aber die Tochter kann Hologramme erschaffen Und die Eltern sind halt gestorben von ihr Achso, die Enkelin Nichts ist die Tochter Also er hat eine Enkelin Und ihre Eltern sind gestorben Und weil sie das überhaupt nicht verkraftet hat Hat sie sich ein ganzes künstliches Dorf geschaffen Mit ihren Eltern Und führt ein glückliches Leben Aber tatsächlich sind das alles Zombies in echt Also in der Nacht In der Nacht erwacht die Stadt dann Und zeigt ihr wahres Gesicht Das ist aber ganz schön düster Jetzt überhaupt Das sind alle Leute gestorben Die ich lieb habe Und ich stütze mich dann in so eine Psychose Fast schon hinein Das ist auf jeden Fall Genau Und du befreist sie nachher Also du öffnest ihr die Augen Also das sind wirklich Aspekte Ja Erzähl nur Da kommst du aber noch besser Noch besser Weil du bist ja mit Melina verliebt Bin ich Und es gibt auch eine Melina aus der Oberwelt Und mit der bändelst du quasi auch so ein bisschen an Und Maylin, die Tochter Die Enkelin, die steht aber auch auf dich Und dann findet sie nachher raus Dass du mit der anderen was am Laufen hast Unter der Jesus-Statue in Rio de Janeiro Abends Findet sie es da raus Oder habe ich da was am Laufen Und dann Dann musst du dich Dann musst du dich nachher entscheiden Dann sagst du Welches magst du lieber Und dann musst du den Namen wählen Hat es da Auswirkungen Auf den Spielverlauf? Naja Jetzt Es gibt keine verschiedenen Enden Oder so Wenn du das meinst Hat Auswirkungen auf die nächste Antwort Oder so Aber nein Tatsächlich so Komplex ist das Spiel leider nicht Okay Also ich geh jetzt hier mal raus, oder? Ich hab jetzt hier den Knochenzauber Und suche ich jetzt den Herrn Mayo Ja, ja Du kannst auf die Oberweltkarte gehen Ich kann auf die Oberweltkarte sogar, okay Siehst du mal, so schlecht habe ich gerade aufgepasst Es klingelt Ja, bitte Jetzt frei rumrennen Und dann Musst du dann zum Zombiedorf gehen Zombiedorf Ich glaube, du Ist es eher südlich Oder ist es eher westlich? Äh, west Äh, östlich Nordöstlich Also Nordöstlich Ja, lauf ich ja Ja, okay Freiherr Ja Das ist eine Brücke Das sehe ich leider nicht Also Der Yangtze Ja Kleine Brücke Yangtze, ja Mit China Gobi, die Wüste Krass Okay Ja, es gibt auch Die Sahara gibt es auch Lustig ist England England ist genau Ein kleiner Fleck Und da ist ein Haus drauf Und in diesem Haus wohnt ein reicher Kunsthändler Das sind die Engländer Sehr klischeehaft Ich bin jetzt bei Nomaden gelandet, Ben Bin ich da richtig? Es gibt wieder einen Jack Ähm Da kannst du zumindest Die heiße Nomadin ansprechen Und dann tanzt sie für dich Nein Die würde tanzen Wenn sie nicht sagen würde Dass du zu jung dafür bist Das ist die Mutte hier mit dem Kind Ähm Die spreche ich nicht an Ja Bei den Bei den Nomaden Aha Und da kannst du übrigens mal Zumindest Die Akkorde Also Warte Das ist jetzt die Originalmusik Ich habe es ihm nicht erlaubt, liebe Leute Ich habe gesagt, Ben, lass es bleiben Akkorde Das ist keine Melodie Das ist ja nicht das Lied Das stimmt Gedeutet Okay Also ich gehe wieder von den Nomaden weg Aber ich bin auf dem richtigen Weg Ja Du bist quasi mein Spieleberater Ja Zum Spieleberater können wir vielleicht auch sagen Ich weiß nicht, ob man damit Äh, ja Genau Sag mal Ich bin jetzt gerade in so einem Sandsturm drin Ist das okay Oder du musst dich hier wieder weg Kurz Äh Das hat sich überzeugt Aber wie gesagt, wie du da durchkommst Ich glaube bei den Nomaden Die sagen dir, wie du da durchkommst Du musst eine bestimmte Fahrt nehmen Ich muss da auch durch, okay Also ich kann auch nicht einfach zurück Das wäre großartig Ja Ich habe es durchlaufen Nee, du kannst aber nicht einfach so durchlaufen Ja, das habe ich gerade festgestellt Ich komme nicht wieder raus Wenn ich einfach nach rechts wieder zurückgehen will Ich verbrenne ihn Irgendwann wirst du ohnmächtig Und bist wieder bei den Nomaden Und einer bei den Nomaden sagt dir, wie du da durchkommst Oh Gott Da will jemand mehr Musik Du musst dich nämlich eigentlich nicht vor Schau nicht in den Chat, Ben Schau nicht in den Chat Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen Genau, der Spieleberater Mir schwindet die Szene Der Spieleberater ist ja damals in einem Test In der Megafun war es, meine ich Dem Spiel vorgeworfen worden Es hat in der Megafun Es war die 297, glaube ich Hat es 80% bekommen Und dann steht eben drin, was dem Spiel Und der Wertung letztendlich zum Verhängnis wird Irgendwie sowas, was sich negativ auswirkt Ist eben der zu gute Spieleberater Mit der Aussage Man schaut zu oft nach Wie die Lösung ist Und jetzt ist natürlich 80% Wie spinnen die? Würde ich so sagen 80% ist ja keine schlechte Wertung Muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen Aber natürlich finde ich verkehrt 92% spielt schon Ja, aber da müsste ja ein 92% Spiel sein Und es ist ja Terra Enigma Hallo? Naja, es sind 100% Es sind 5% Abzug wegen dem Magiesystem 3% wegen dem Anfang Und dann bist du bei 92% Ja, naja Also wie gesagt Dieses ganze Richtig Alles andere ist perfekt Podcast Ja, auch schon ausgelassen Bist du ein Entführer? Verdammt Ja, natürlich Bist du ein Entführer? Ja, Hadi sowieso Das sieht man ihn doch an Pass auf Sonst kommst du in dein Keller Siehst du? Wir ziehen umher Und schlafen unter den Sternen Wir sind frei Alles Zeit, ja Wer bist du? Ich will doch jetzt Ich will jetzt zwischen mich durchkommen Das ist unser Weideland Ein Haufen Jax Oh, das hat eine Dame Geh lieber wieder Mein Mann ist sehr eifersüchtig Kann ich verstehen Das Lied hört sich vorhin nach Akte X an Wer ist das? Achso Das kann doch der Moritz sein Hallo Moritz Ja, das ist Moritz Was hast du ihm gegeben? Das wollte ich auch noch fragen Hier sind 20 Euro Also hat Moritz mich doch noch veräppelt Und meint das gar nicht ernst Was er da Akte X erkannt hat Das ist so ein Running Cat von ihm jetzt Ich habe ihm das schon geglaubt Oh, Kopfjäger 86 Nordfelden Wegen euch bin ich hier Hi Das ist aber schön Da freuen wir uns Ja, auf jeden Fall Ja, Medienspülhaus ist auch da Kennen wir ja aus dem Discord Na klar Also du warst ja noch nicht Also Er war ja letztens auf unserem Stammtisch dabei Coole Aktion Ja, das machen wir auch mal wieder Ja, dann aber auch mit dir, Hadi Diesmal Mal gucken Alle drei zusammen Ich habe ihm vorher eigentlich eine Liste gegeben Mit Dingen, die er nicht sagen soll Aber anscheinend ist er falsch Noch ab da gelandet Du weißt das doch, wie das ist Mit den Listen und No-Gos und so Ja, ja, ja Wie Dan und ich das halten Die sind dafür da Also, wo kriege ich denn jetzt hier den Plan, Ben Wo ich dir diese Jetzt hätte ich fast das F-Wort gesagt Wüste komme Ähm Ähm Du musst erst mal nach Westen laufen Bis da drei Totenschädel kommen Nach Westen bis drei Totenschädel kommen Ja, ich gucke mal Ähm Nee Guck doch nicht Und dann nach Norden, meine ich Der Weg durch die Wüste So Tu doch einfach so, als wüsstest du es Ich muss kurz in mich gehen Ich habe ja gesagt Nach Westen So Eigentlich ist da einer Pass auf Du gehst jetzt in die Wüste nochmal Ich gehe in die Wüste Moment Ich bin auf dem Weg Ich gehe in die Wüste Go, baby Oh, ja So, okay Bin da Habt ihr vorhin I Stay Forever gesehen? Das war toll, oder? Ich habe nur kurz mal Das war super Pass auf Du rennst nach Westen Permanent Bis drei Bis drei Steine kommen Sag mal, wenn du da bist Die mich Die mir dann im Weg stehen, oder was? Ja, drei große Felsen Ja, ja, habe ich Habe ich Okay, und dann? Ja, okay Dann rennst du Ähm Nach Süden Nach Süden Bis? Bis so Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Steine kommen Große Steine oder kleine Steine? Große Steine Große Steine Ich renne nach Süden Auf der Straße nach Süden Dann rennst du Bist du da? Nö Dann rennst du nach Nordwesten Ich bin ja noch nicht da Mach dich mal locker Alter Stressor Da kommen keine großen Steine Es war verkehrt Ben Es tut sich nichts Es wäre elendig An inneren Verbrennungen Zur Grunde gehen Erzschwinden Die Sinne Das hat nicht geklappt Ähm Pass auf Also Du gehst Erstmal nach Westen Bis die drei Steine kommen Erstmal muss ich nochmal hin Bei den Steinen war ich Aber wahrscheinlich Muss man da wirklich auch Genau die Stelle erwischen An der man dann Ja Geht Also Taklama Okay Ist ein guter Name So Das sind die drei Drei große Felsen Also die Steine Felsen Große Felsen Drei Felsen Dann rennst du nach Westen Bis sechs große Felsen kommen Ich hab das ja vorhin gesagt Nach Süden Ja West Nein Nach Süden meine ich Also nach unten Komm Also nach unten Von da Benjamin Kannst du dir mal Mach doch irgendwo noch einen Ordner auf Und gib mal Kompass ein Einfach Okay So mit Himmelsrichtung Weißt du Nein ich hab's noch morgen gesehen Süden Da hab ich glaube gesagt Erst nach Westen Und dann nach Süden So Westen Süden Vielleicht bin ich wieder verbrannt Also Süden Okay Aber dann sollen wieder die großen Nein erst mal Also wenn du Die Wüste beginnst Dann rennst du erst mal nach Süden Ja Drei Steine Das weiß ich Und dann nach Süden Da passiert nichts Ben wir müssen uns was anderes Genau Pass auf Dann nach Süden Bis sechs Steine kommen Da kommen nur kleine Steine Da kommen keine großen Felsen Nein Na klar Ernst Schwinden die Sinne Da kommt nichts Sie sind ein alter Lügen Da musst du wahrscheinlich Ah Wahrscheinlich musst du mit dem Typen gesprochen haben Mit dem richtigen Weil sonst Weil du sonst wahrscheinlich gar nicht durchkommst Das haben die bestimmt Ex-Mann Dann suchen wir uns nochmal alle Typen ab Wir gehen ins erste Zelt Da ist die Mutti mit ihrem Kind Hat die immer erlaubt einzutreten Der Ben sagt Ich muss Bist dein Führer Ja Immer noch Da ist der Ich gucke parallel gerne auch für dich Bei Leuten Die das Spiel auch können Hallo Wer das sagt Ich habe A-Ko gesiegt Können wir uns das nochmal in Erinnerung lassen Wenn wir das hier vielleicht nochmal zurechtschneiden Und aufnehmen Dann möchte ich jetzt nochmal in Zeitlupe Wie ich Wie ein Pro Like a Boss möchte ich sagen Diesen Endgegner dominiert habe Okay Wie uns alle erinnern Habe ich nicht einmal Ein futzelchen Lebensenergie verloren Jeder weiß es Jeder Warst du eigentlich bei dieser Frau Hat dir jemand erlaubt einzutreten Also nein Nee da war ich nicht Habe es nur gerade fünfmal vorgelesen Glaube ich Ben Norden, Süden, Osten, Westen Da ist sie Dieses Kind spricht nicht mit mir So Und dann habe ich noch die drei Dudes Die hier rumstehen Der erste sagt Wir ziehen umher Schlaf ohne den Stern Das weiß ich Ja, ja Gefahren der Natur Hast du noch was zu sagen Wir sind arme Leute Ja, ja Mach du noch Wer bist du Bla, bla, bla Wer bist du Ich bin der Jagdmann Ich interessiere mich für ihre Jags Dies ist unser Weideland Du zertrampelst das Gras Wo ist denn das Gras Da ist niemand Der mir irgendeinen Weg weisen kann Bei den Nomaden Äh, warte mal Gibt es Wo ist denn der Chris Blair Wenn man ihn braucht Sprich mit den Männern am Feuer Such sie also auf Laut Mario Können dir die Nomaden Nordwestlich der Gobi Wüste erklären Wie du sie gefahrlos Durchqueren kannst Such sie also Und sprich mit den Männern Am Feuer Draußen Männer am Feuer Die habe ich auch schon gesehen Bei dir vorhin im Stream Du hast nicht mit dem richtigen Von den drei Männern gesprochen Ich habe ja aber auch Mit dem Mario Überhaupt nicht gesprochen Ja egal Sprich mit den drei Männern Das muss reichen, oder? Es reicht nicht Das ist ein Super Nintendo Spiel Da werden nur Dinge getriggert Wenn ich vorher andere Dinge Getriggert habe Hast du mit allen dreien Gesprochen am Feuer? Was glaubst du? Ich gucke ja gerade Es wird gerade im Stream Unertragen Ich habe ungefähr 80 Mal Mit allen gesprochen Also Ich gehe jetzt wieder zurück Ja dann ist es wahrscheinlich Tatsächlich so Ja dass du mit Mario Nicht gesprochen hast Oh nein Könnten wir gerade Sag mal doch mal Warum habe ich das denn vergessen? Warum habe ich mit Mario Nicht gesprochen? Wie konnte ich so dumm sein? Weil du dich über seinen Namen Kaputtgelacht hast Bin ich so eine Ruhlinuss? Oder hat mir irgendjemand Gesagt, dass ich es nicht machen brauche? War das vielleicht so? Ich habe das nicht gemacht Nein 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 Medisch spüren Also meint Du sollst mal das andere Jack fragen Vielleicht weiß das Bescheid Das wird auch nur grunzen Die Jacks Herr Cloutier eigentlich Der Hadi ist überhaupt nicht zynisch Alter Nee das ist überhaupt nicht Hier wo ich hin wollte Da ist ja wieder der komische Wolf Nein Ich will doch ins Ich will doch in dieses Dorf Benno ist es Was der böse Wolf Ja Warum sind deine Zähne so lang Oh da oben ist es oder? Da oben Ja So Pass auf Sehr geehrter Herr Mario Und wir haben noch Bitte verraten Sie mir Wie man durch die Müsse kommt Ah da ist er Ah endlich wieder da Hallo Fremder Vielleicht können wir uns später unterhalten Vielleicht können wir uns später unterhalten Nein Mann Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Wenn du mit mir reden willst Musst du dich noch etwas gedulden Mario kennt die Welt Ich mag dir Zählungen aus fernen Ländern So wo ist jetzt hingegangen Der Herr Mario Christoph Kolumbus gibt es übrigens auch Nützt der mir jetzt was? Bringt mich das jetzt durch die Wüste Herr Dippert Der Mario Den findest du jetzt Beim Dalai Lama Also bei dem Anführer Wenn du da hingehst Ah Jetzt Ja Eine Insel Mario sagt seufz Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin Du meinst Mylin Leidet sie noch immer Unter dem Tod ihrer Eltern So an dieser Stelle glaube ich Machen wir jetzt mal einen Cut Weil wir haben jetzt ja auch 23 Uhr Es ist kurz vor 11 Genau Ja Ja wie gesagt Wie es weiter geht Ja erfahrt ihr nicht nach der Werbung Sondern Hoffentlich irgendwann Wie gesagt Ihr könnt gerne auch dabei bleiben Wir spielen ja gleich Olanda Und ab Mitternacht gibt es einen Open Talk Wir spielen jetzt hier gleich nochmal eine Werbung ein Weil im Hintergrund ist hier gerade einiges los Jetzt sehe ich ihn auch Mario Danke an euch erstmal kurz Und Vielleicht noch gleich nach der Werbung nochmal wieder mal schauen Willkommen